Und Tempo-Basketball, oh wie einfach ist das denn? Und er stopft ihn rein, Bellinelli! Gegen Kamalo Anthony! Aus dem Nichts, das sah ein bisschen Larifari aus, wie er da nach vorne trottet. Aber Achtung, rei, haut er den da rein und Anthony sollte da dann besser die Finger von lassen.